Der Gutsbesitzer vermisst seinen besten Knecht. Dieser ging zum Friedhof, um Kräuter zu pflücken und kam nicht zurück. Der Gutsbesitzer hat von den Untoten auf dem Friedhof gehört und traut sich nicht, dort nach seinem Knecht zu suchen. Der Gutsbesitzer bat mich, nach seinem Knecht zu suchen, wenn ich den Mut habe, zum Friedhof zu gehen. Äh, der wird ja wahrscheinlich nicht hier vorne so viel dörren, sondern wahrscheinlich weiter drinnen sein. Okay, schaffen wir auch noch nicht. Das ist ärgerlich. Aber gut. Es wird zwangsläufig Richtung Friedhof, wenn man die hinwürzen. Noch was? Das ist... Pa, 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 pa. Schönen Wimmelbild hier wieder. No, das war's erstmal. Gut, wir gehen einfach mehr weiter. Der Juwelier hat beschlossen, ein Haus für seinen Sohn zu bauen, weil dieser bald heiratet. Das wird ein großartiges Hochzeitsgeschenk. Leider liegt der Bau hinter dem Zeitplan, deswegen sucht er nach einem begabten Konstrukteur. Ich denke, das kriege ich hin. Ich habe schließlich Erfahrung im Bauwesen. Ich werde mir das Haus mal ansehen. Es liegt in der Nähe des Marktplatzes. Das muss das Haus für den Sohn des Juweliers sein. Daran muss ich doch... Da muss noch viel getan werden. Oh, ja. Gut, lassen wir es mal offen. Ah, die Frau des Bergmanns gab mir ein Päckchen für ihren Mann, der in den Mieten arbeitet. Cool. Das hat der ja schon gesucht. Ich gab ihm sein Päckchen. Äh, das Päckchen seiner Frau. Er hat sich sehr gefreut. Ich habe keine Ahnung, was in dem Päckchen war, aber ich würde auf Süßigkeiten tippen. Aber das ist nicht wichtig. Viel wichtiger ist, dass ich als Belohnung einen großen Klumpen Eisenerz erhielt. Yeah. Nicey nice. Immer in Dolch investieren kann nie schaden. Ah, ich berichtete, dass wir das Lager der Banditen vernichtet hatten. Er war sehr zufrieden mit meinem bisherigen Taten. Ich wurde zum Hauptmann befördert. Lord. Jetzt, wo ich Hauptmann bin, kann ich Soldaten anfordern. Ich werde sie im Kampf gegen den dunklen Hexer benötigen. Yeah, sehr geil. Speer und Kämpfer. Soldaten. Alles klar. Ja, was wir jetzt auch mal machen. Einfach nur, um endlich mal das abzuschließen. Wir lernen jetzt mal hier jagen. 150 Gold haben wir eh über. Ich brachte ihm alles, was er verlangt hatte. Es war ganz schön viel. Er brachte mir bei, wie man sich anschleicht und wie man mit dem Bogen umgeht und wie man Rotwild jagt. Der Jäger verriegt mir, dass er auf seinen Jagdausflügen viele Dinge findet, die andere Leute verloren haben. Ich muss nur in Kisten und Fässern nachsehen, die ich finde. Der Brand erzählt mir auch von einer verborgenen Richtung, wo man viele Tiere jagen kann. Am besten kommt man vom Angeldorf dorthin. Ach, und die können wir auch die Sachen verhökern? Alter, spiel der Ernsthaft. So, ich tippe mal Errungenschaften reingeschaltet. Nö. Kisten und Fässern, also sowas hier, oder was? Oh, nein. Facke. Okay, dann tut's mir leid. Wir gehen die kompletten Karten nochmal ab. Und suchen alles, was nicht nid- und namelfest ist. Zwei Kisten? Nee. Okay, das ist... ... auch gescriptet gewesen. Also, Kisten und Fässer. Da haben wir uns nen Wolf. Ah, wir haben keine Pfeiler. So, trotzdem noch eine Kiste. Beziehungsweise ein Fass. Achso, ja, weil wir Sack. Säckchen gefunden haben. Sack. Wir haben Sack gefunden. Oh, Sack. Gibt's nur eine Kiste und ein Fass? Seems so. Nee, da ist es noch. Einmal Blüten. Das werden wir auf jeden Fall auch erstmal alles sammeln. Und nicht ausleben. Okay, bei dem Karten können wir nix machen. Rotwild. Okay, wir brauchen dazu immer Pfeiler. Ja, wahrscheinlich sollte ich einfach nur am Wegesrand immer gucken. Da macht's ja auch am meisten Sinn, dass da... ... die ganzen Kisten rumliegen. Spitzhacke. Die Kisten. Ganz zum... ...dings mit dazu. Zum... Zum Mühler. Echt, ich kann... Ah, okay. Ich hab's dann an Sack Mehl. Mehl. Da hab ich's grad noch gesehen, wie's, äh... ... quasi... ... aufgeploppt ist. Okay, sehr schön. Ja, wie gesagt, ich geh noch mal ganz kurz hier alle... ... ... Bildschirme durch und sammeln alles ein. Da... ... und da. Ja, was man mit diesen leeren Fässern macht, keine Ahnung. ... oder leeren Gläser sind's, ja. Ah, da ist einer. Okay, ich glaub, wo ist die Kisten? Da ist die Kiste. Und... ... okay, selbst hier liegt so ne Sack rum. Hm... ... im Lager vielleicht. Die sind überall so ne Kisten. Da ist krass. Oh, neun Pfeiler hervorragend. Aber leider zu wenig Energie. Wir gehen mal pennen. Ich will einfach mal so ein bisschen rumpelt jagen gehen jetzt. Und mal schauen, was wir da rauskriegen. Jo, danke. Ah, schicke. Ein Geweih. Sehr gut, das Geweih kann man wieder fahren können. So, hier dürfte dann ja theoretisch auch wieder alles neu sein. An den Kisten. Das nächste. Noch mal Sackchen. Warte, da oben noch mal die Kiste. Oh. Zweite sehe ich ausschauen. Und beim Schloss haben wir noch nicht gesehen. Oder geguckt. Ich durfte ja wahrscheinlich auch hier liegen. Einmal hier. Und ist das was? Ne. Und... Das? Ne. Da. Na, wo ist die Zweite? Ach, das. Eine Säge. Jut. So, damit haben wir erstmal alle Bildschirm wieder abgeklappert. Was kann man bei ihr? Hier kann man Nahrung kaufen. Hier kann man... Alchemie-Zutaten steht da aber um drüber kaufen. Arbeitsmittel... Oh, Bazaar. Okay, da könnte man verkaufen, wenn man den Bock drauf hätte. Okay, was kann man hier bauen? Und auf dem Marktplatz stehen einige Arbeiter, die Beschäftigung suchen. Wenn ich Hilfe brauche, kann ich sie anwerben. Aha. Okay. Also hier findet man tatsächlich alles, was man so braucht. Im Inn, im Gasthaus kann ich ein Zimmer für die Nacht mieten, für 20 Gold. Die Küche, das Gasthaus, planen wir immer Lebensmittel. Kann ich immer Lebensmittel brauchen? Achso. Ah, hier kann ich alles verhökern. Geil. Das ist ja gut. Ja, hervorragend. Könnte man höchstens mal die Preise vergleichen, ob die anders sind. Du bist leise, komm näher. Bist du an der... an außergewöhnlichen Waren interessiert? Gift. Und hier können wir eine... ein Schildfisch... Okay. Auch mal... wie ein Schildfisch herkriegen. Der Hofshändler wartet mich, die Früchte zum Gasthaus an der Kreuzung zu bringen. Seine Lieferung ist verspätet und er hat Angst, dass der Gastwirt ihn anschreien könnte. Natürlich will er für mich... will er mich für meine Dienste bezahlen. Zum Gasthaus an der Kreuzung. Wird der... das hier sein, ne? Ne? Ach ja, klar, das hier. Ne, davor steht er ja schon. Der Gastwirt wartet auf eine Lieferung des Obsthändlers aus der Stadt. Hast du das Obst mitgebracht? Endlich! Ich stehe kurz davor, ausverkauft zu sein. Sag dem Obsthändler, er soll nächstes Mal Zeitiger liefern. Das sagen wir ihm genau in dem Ton. Äh, wer war denn das? Der hier war. Ja. Der Obsthändler ist froh, dass ich seine Lieferung ausgetragen habe. Nächstes Mal wird er darauf achten geben, dass er nicht zu spät liefert. Quest erfüllt. Neben dem Haus traf ich auf eine traurige Frau. Sie tat mir leid, also fragte ich, was passiert sei. Sie sagte, dass ihr Mann bei der Arbeit verletzt worden sei und seine Wunden nicht heilen. Die Heilkundige sagte ihr, dass es im Sumpf eine seltene Palme gäbe. Ein aus ihren Blättern zugeretteter Trank würde dem Mann helfen. Aber die arme Frau kann nicht alleine in den Sumpf gehen. Dort ist es zu gefährlich. Und außerdem muss sie sich um ihren Mann gerangen. Ich versprach, nach der Palme Ausschau zu halten, falls ich durch den Sumpf reise. Okay, zum Sumpf müssen wir also auch noch. Da waren ja auch die Magier. Auf der Straße sprach mich eine gut gekleidete Frau an. Sie sagte, dass sie einen mutigen Mann für eine schwierige Aufgabe braucht. Sie möchte ihrem Mann eine Suppe kochen, die goldene Beeren beinhaltet. Diese Beeren wachsen nur. Natürlich beim Frigo. Sie sagte, wenn ich ihr zwei Dutzend goldene Beeren bringe, belohnt sie mich dafür. So, das waren erstmal die ganzen Quests. Das können wir theoretisch schon machen. Wir brauchen einen Hammer. Zehn Steinen, 15 Holz. Vier davon. Einen Hammer. Achso, ich kann ich verkaufen. Ich will Hammer kaufen. Hammer kaufen. So, 10 Steinen, 15 Holz. Dazu muss ich also erstmal zum Holzfäller-Lager. Was ist das hier eigentlich? Achso. Eins, zwei, drei, vier, vier, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und, oh, Steine. Steine gab es, glaube ich, hier. Ja, beim Steinwurf macht der Sinn. Alter, ist das teuer. Ist das teuer, sagt euch, wahr? Aber. Oh, ich hab's auch verkehrt gemacht. Ich depp. Oh. Kann ich die Steine hier verkaufen? Nee. Nee. Oh, das ist ja bitter, dass ich das vertauscht hab. Ach, Quatsch, da wollte ich nicht. Ja, okay. Komm her. Naja, vielleicht bauen wir irgendwann nochmal fünf Steinen. Ich glaub's zwar nicht, aber... Egal. So, da hat der Sohn hier auch sein Häuschen. Mit der Hilfe einiger Arbeiter konnte ich das Haus schnell fertigstellen. Es ist wirklich schön geworden. Der Judi wird bestimmt zufrieden sein. Baumeister. Baue oder repariere zehn Bauwerke. Ich sehe, dass das Haus für meinen Sohn endlich fertig ist. Du bist ein wahrer Meister. Seine Dankbarkeit spiegelt sich auch in meiner Belohnung wider. Er bezahlte mich in Gold. Ich wünschte seinem Sohn viele glückliche Jahre in seinem neuen Haus. 600 Gold. Oh, und wir haben einen Schatz, den wir verhökern können. Sehr schön. Alter, was es hier noch alles gibt. Und Muschis, Kettis, Necklis, nee, Armräfen, Urringis und Ringis. Und wir haben auf jeden Fall auch wieder mehr als genug Gold. Einmal Gift. Ich weiß nicht, was wir mal Gift brauchen. Ah, wie viel Energie haben wir noch? Drei. Gut, dann gehen wir hier mal richtig pennen. Was natürlich Goldverschwendung ist, aber... Ist egal. Gut, dann würde ich sagen, hier sind wir durch. Mit allem. Hier im Norden können wir erstmal auch nichts machen. Also auch nicht gegen die Gobliner. Goblinsens. Dann werden wir mal Richtung Süd gehen. Und zwei Arbeitern, vier Hölten. Um die Brücke zu reparieren. Zwei Arbeiter. Und vier Holz. Drei, vier. Achso, was ich auch nochmal mache, ganz kurz. Ich werde mal jetzt das Boot erstmal bauen. Mein Boot ist fertig gebaut und liegt ab hier. Jetzt kann ich damit die See absuchen. Ah, ja. Bootsfahrer. Erhalte dein Boot. Ja, geh mal weg, bitte. Geh ja oben, Schatz. Da ist nämlich ein Schatz. Yeah, ein Schatz. Ein goldenet Ei. Hier, das ist nix. Und hier liegt auch nichts. Aber gut, für den Schatz hat es sich ja schon mal gelohnt. Ach, jetzt hat der Tücher auch mal aufgenommen. Was machst du denn hier? Dies ist meine Seite des Sees. Verschwinde. Willst du mir etwa nachspionieren? Niemand wird mein Geheimnis erfahren. Der einsame Angler scheint ein wertvolles Geheimnis zu üben. Ich werde ihm ein wenig Geld dafür anbieten. Du kannst dein Gold behalten. Ich erzähle dir gar nichts. Der einsame Angler wollte keine 50 Goldmünzen. Also werde ich ihm erheblich mehr anbieten. Vielleicht verrät er mir sein Geheimnis. Hör zu, du scheinst ja Gold wie heute zu haben. Nun gut, vielleicht können wir uns einheben. Der einsame Angler will mir sein Geheimnis verraten, aber dafür wird er reichlich bekommen werden. Sehr gut, so viel Gold. Was machst du hier? Was willst du? Ach, du willst mein Geheimnis wissen. Nun gut. Ja, endlich verriet er mir, was er versteckt hatte. Er sprach von einem Schatz im See. Algen, Haken und andere Dinge. Ich brauche eine Weile, bis ich ihn verstand. Scheinbar gibt es im See sehr wertvolle Algen. Ich benötige einen Haken, um sie einzusammeln. Ah. Okay. Ja, wir testen das jetzt einfach mal. Okay, ich brauche dafür Barrels. Kriege ich hier auch Barrels? Okay, es ist übrigens auch noch ein Angler. Ich sammle mal die Algen Barrels. Barrels sind's. Und auch ruhig mal, was ich aus den Algen machen kann. Ich sag mal, wenn die wertvoll sind, na, dann kriege ich ja hoffentlich viel raus. Ach, Jacks Schwester ist glücklich, dass Jack mit mir in Frieden ruhen kann. Haben wir noch gar nicht beendet. Sie versprach mir, ihren Ehemann darum zu bitten, mir Köder und Angelzubehör zum Sonderpreis anzubieten. Ja. Der Besitzer des Angelladens war dankbar, dass ich seiner Frau geholfen hatte. Er bietet mir einen guten Rabatt in seinem Laden an. Zum Glück haben wir jetzt erst gekauft. Und nicht schon vorher viel mehr Geld auskauft. Egal. Angler, hast du schon versucht, auf der Südseite des Sees zu angeln? Das sollte ein guter Fleck zum Angeln sein. Ah, da kann ich jetzt sogar rausfahren. Oh, okay. Gibt auch noch mehr Algen. Und Angelplätze. Alter Schwester, also das Spiel ist echt ziemlich groß. Hätte ich jetzt gar nicht so erwartet. Einfach auch ehrlich gesagt, ein bisschen damit gerechnet, dass es linearer ist. Also, dass man hier nicht so viele Quests nebenbei immer noch erledigen kann. Alter, hier liegt aber auch viel rum. Alles looten. Ja, 26 Shorts. Fackeln. Genau, eine Fackel, die ich aus dem Meer fische. Die sogar brennt. How realistic. Ja. Und Meryl. Ah, finde 30 verlorene Kisten und Fässer. Ist das auch was? Ein Feld. Und auch noch einen Krebs. Ja, ich wollte gerade sagen, Krebs haben wir auch schon wieder so viele gefunden. Da müssen wir irgendwann auch mal die Errungenschaft haben. So. Der Meisterangler ist traurig, weil ihm die Beamten der Stadt den Angelschein entzogen haben. Sie sagten, er habe Schulden, aber er weiß nicht, wovon sie sprechen. Es muss wohl ein Missverständnis sein. Er bat mich, seinen Freund im Anglerdorf zu kontaktieren. Sein Freund hat ein gutes Feldnis zu dem Beamten und könnte dem erfahrenen Angler eventuell helfen.